Ja, willkommen zu einem kurzen Quick-Tipp hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal wieder um Lightroom gehen und zwar diesmal in Verbindung mit meiner R5 beziehungsweise Sprachnotizen, die auch natürlich jede andere Kamera eigentlich auch kann. Beziehungsweise jede Kamera, die Sprachnotizen kann. Ich habe ja eine ganze Zeit lang schon immer Sprachnotizen gemacht. Das habt ihr in meinen Videos vielleicht auch schon mal gesehen, dass ich so merkwürdigerweise so in meine Kamera reinspreche. Und da spreche ich zum Beispiel rein, was für Filter ich gerade verwendet habe. Ist immer ganz interessant. Speichere ich mir denn gerne mal so irgendwie als Text ins Bild rein oder eben für meine YouTube-Videos. Und ich habe es vorher immer so gemacht, dass ich einfach einen Ordner hatte. Hier und da habe ich halt meine Sprachnotizen abgelegt, alle an einem zentralen Ordner. Die sind alle so namentlich wie das Bild selbst. Also anhand der Nummer kann man eigentlich auch sofort erkennen, zu welchem Bild gehört das. Und im Zweifelsfalle, falls der Zähler einmal rum ist, würde das Datum eigentlich auch stimmen. Und das hört sich dann halt so an. 0,9 Medium und ND 2.4 Ganz kurz und knackig habe ich da halt reingesprochen, was ich da so für Filter verwendet habe. Ist ein bisschen blöd, wie man es macht. Es geht in Lightroom auch besser. Und das habe ich letztens durch Zufall gefunden. Ich weiß nicht mehr wie. Also ich wusste echt nicht, dass es diese Funktion gibt. Und irgendwie ist mir auch noch nie aufgefallen, dass es irgendwo mal erwähnt wurde. Aber wir müssen im Bibliotheksmodul hier rechts in dieses Feld rein. Und da gehen wir auf Anpassen. Und dann geht ihr hier auf Audio-Datei. Das Ganze dann fertig, bestätigen. Und jetzt ist hier ein Audio-Datei dazugekommen. Und das Bild, wo ich gerade drauf stehe, hat auch eine Audio-Datei. Und die hören wir uns mal an. 0.9 Reverse. Ja, so einfach kann das gehen. Jetzt brauche ich meinen Ordner nicht mehr. Lightroom importiert die Sprachdateien direkt in den Ordner, wo die Bilder liegen. Und ja, was will man eigentlich mehr? Ja, was will ich mehr? Euer Abo möchte ich zum Beispiel haben. Abonniert meinen Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich auch einen Daumen oben da. Und wenn ihr mich abonniert habt, dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Tschüss, euer Dennis.